Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 7. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 518 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Valora, Incognito, Allo, Siri, Farner, WordPress 5 und ToDo. Valora ist der Schweizer Kiosk-Anbieter, unter anderem, die haben natürlich noch mehrere Dinge im Angebot, aber unter anderem eben bekannt von den Kiosken, die an jedem Bahnhof und an sonstigen gut frequentierten Plätzen und Orten stehen. Und die führen auch die AVEC-Laden. Das sind auch wieder an gut frequentierten Stellen kleine Ladeflächen mit den gängigen Produkten, die Herr und Frau Schweizer sich so kaufen mag. Neu möchten sie ab 2019 die AVEC-Box ins Leben rufen und auf das Teil freue ich mich schon extrem, eben auch wenn es erst auf der anderen Seite von Zürich, von meiner Seite aus, startet, nämlich genauer gesagt in Wetzikon. Da soll es die erste AVEC-Box geben auf 53 Quadratmeter. Das, was man so braucht, Convenience-Sortiment, Food- und Frischanteil soll relativ hoch sein. Und das Coole an dem Shop, und das macht mich eben sehr neugierig, ist, man betritt den Laden nur mit einer App. Die Öffnungszeiten sollen so lang sein, wie das Gesetz und oder der Besitzer vom Grundstück, wo das Ganze draufsteht, erlaubt. In diesem Fall in Wetzikon ist das die SBB. Und im idealen Fall soll das Ganze 7 Tage und 24 Stunden geöffnet sein. Man betritt das Ganze mit einer App und bezahlt das Ganze auch mit einer App. Ähnlich wie man es von Amerika, wo Amazon die Go-Geschichte, wie heisst das Teil, Amazon Go, testet oder umsetzt und fleissig ausprobiert. Ähnlich soll das auch hier funktionieren und nachher auch flächendeckend über die ganze Schweiz verteilt werden. Sowas finde ich cool. Mitarbeiter gibt es natürlich auch, weil Gestelle müssen aufgefüllt werden und so weiter. Und die sollen vor allem an Stosszeiten morgens und mittags vor Ort sein, um eben auch den Kunden helfen zu können, aber natürlich, um die ganzen Gestelle wieder aufzufüllen. Man möchte ja auch was einkaufen. Wer denkt, dass Google dein Freund ist, der hat schon lange verloren. Das wissen wir ja und das habe ich auch immer wieder mal erwähnt. Das meine ich hier in der Daily, aber auch natürlich im grossen News-Format von Geek Talk. Und ja, jetzt ist neu herausgekommen, dass wenn man den, ich spreche nicht aus, den Inkognito-Modus nutzt beim Chrome-Browser, wie es ja auch bei Edge und bei Safari gibt, dass man da dennoch getrackt wird. Heisst, Google sammelt auch da die Daten von euch. Und wer gedacht hat, man könnte da Googles Sammelwut umgehen, nee, leider nicht. Denn DuckDuckGo, die alternative Suchmaschine, auch aus den Staaten, hat mittlerweile oder hat herausgefunden, dass da eben deutlich auch Dinge mitgeschnitten und dann für euch ein Profil erstellt werden. Pfui, Google, würde ich doch wieder mal behaupten. Weiter geht's mit Google. Und da habe ich, ich glaube, Anfang dieser Woche oder war es noch letzte Woche, haben wir bekannt gegeben, dass Google Hangout fallen lässt. Einer der Dienste, die jetzt auch in die ewigen Jagdgründe geht. Und das war noch nicht das Letzte, denn jetzt hat Google auch noch nachgeschossen. Der Messenger Allo, A-L-L-O, möchtet ihr euch noch erinnern? Ist eines der letzten Produkte, was Google vorgestellt hat und wird schon wieder auf, ja, weggeschossen. Zu Beginn des Jahres haben sie schon die Entwickler vom Projekt abgezogen. Damals hiess es noch, das Ganze wird pausiert. Aber Pustekuchen, Google schickt es auf den Friedhof und lässt das Projekt sterben. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr eure Chatprotokolle, sofern ihr die App überhaupt genutzt habt, exportieren könnt, das könnt ihr nachlesen bei daily.geeklog.ch. In den Shownotes ist da ein Link mit drin. Und wer eben denkt, dass das nicht das Letzte war, es könnte vielleicht noch das eine oder andere kommen. Im nächsten Jahr wird ja neben dem schon erwähnten Google Hangout auch Google Plus in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und Inbox bei Gmail wird nicht mehr verfügbar sein. Google ist fleissig am Entschlacken. Dann haben wir eine Studie, die die Universität Luzern in Zusammenarbeit mit der Agentur Farner ins Leben gerufen hat. Man wollte wissen, wie fleissig der Schweizer Sprachassistenten nutzt. 37% der Schweizer nutzen solche Assistenten. Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, es ist nicht so, dass der Schweizer technikfaul ist. Überhaupt nicht. Der grösste Grund, weshalb solche Dinge bei uns am Computer und vor allem am Smartphone genutzt wird, ist, weil es kein offizieller oder kein offizieller, keiner der Hersteller ein offizielles Angebot in der Schweiz hat. Apples HomePod, Amazon, die ganzen Alexa-Geschichten, Google, die ganzen, wie heissen die Dinger? Nicht Echo, das waren die anderen bei Amazon. Auf jeden Fall die Google Home-Dinger, die gibt es alle offiziell in der Schweiz nicht. Man kann sie über diverse Shops kaufen, logischerweise man kann sie selber importieren, aber es gibt keine Schweizer Lokalisierung von den ganzen Sprachassistenten-Geräten. Und deshalb schaut es da natürlich so ziemlich gleich null aus. 1% der Schweizer nutzen ein solches Gerät zu Hause. Anders eben, wie gesagt, im Bereich der Smartphones. Da ist mit 51% Apples Siri der grosse Vorreiter. Das wird dann mit Abstand am meisten genutzt. Gefolgt von Google Search 31%, Google Maps 25% und YouTube 11%. Auf dem Rechner, also dem Desktop, schaut es dann schon wieder anders aus. Die Google-Suche wird mit 67% von, ja, natürlich Googles Assistenten genutzt. Am Mac OS, also am Mac Rechner mit Mac OS Betriebssystem, sind es dann noch 29%, die da eben Siri nutzen am Rechner. Ja, schöne Zahlen. Besten Dank an der Stelle an Farner und die Universität in Luzern für die ganzen Daten, die sie da erhoben haben. Sehr spannend und ich freue mich da und bin gespannt, wie es da weitergeht. Farner hat ja ein Lab eröffnet vor kurzem, glaube ich letzte Woche noch, in Zürich. Das wäre mal was Spannendes, sich das anzuschauen, weil da tut sich vielleicht einiges in nächster Zeit, könnte ich mir vorstellen. Dann in der Nacht auf heute ging es endlich online. Schon länger angekündigt und jetzt eben ist es da. WordPress 5.0 ist jetzt hier und die grosse Neuigkeit an WordPress 5.0 ist der Gutenberg-Editor. Davor seid gewarnt, liebe Nutzer. Da draussen, das wisst ihr ja schon seit einigen Wochen, Monaten wird nur vor allem über das Ganze gesprochen. Viele Themes, viele Plugins funktionieren nicht mit dem neuen Gutenberg-Editor, der eigentlich wirklich ein tolles Teil ist, aber eben noch ein bisschen Anlauf benötigt. Und somit kleiner Tipp von meiner Seite, wenn ihr nicht schon regelmässig Backup macht, macht ein Backup und wartet noch die ein oder andere Woche mit dem Durchführen von Update auf eurem WordPress. Da rate ich jetzt mal in die andere Richtung, ansonsten sagen wir ja immer wieder, macht möglichst schnell die Updates. Hier dürft ihr noch ein bisschen warten und vielleicht auf eurem Testrechner, auf eurem Testserver das Ganze mal ausprobieren, wie das mit euren Themes, mit euren Plugins etc. funktioniert, bevor ihr euer eigenes Projekt denn abschiesst und in die ewigen Jagdbrünte befördert. Ihr müsst ja nicht es gleich tun wie Google. Ja, wo sind wir dran? Was haben wir noch an Neuigkeiten? Zu guter Letzt, ach ja, ganz schön. Microsoft To-Do, meine To-Do-App der Wahl, hat jetzt ein neues, cooles Feature bekommen, das sehr klein ist vom Erzählen, aber grosse Auswirkungen haben kann. Multi-Account wird unterstützt ab sofort. Aktuell nur in der Android-Version, sowie natürlich über die Browser-Geschichte. Aber ich freue mich schon drauf, wenn die iOS-Version dann auch nachzieht und generell global die ganzen Apps natürlich auf den ganzen Betriebssystemen auch. Und so könnt ihr ein privates und geschäftliches oder was auch immer euch so teilen. Ich finde das toll und freue mich auf das neue Feature. Und ja, mal schauen, was als nächstes kommt da aus Microsoft Hausen. In diesem Sinne, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe zusammentragen können. Vielen Dank fürs Reinhören. Euch noch einen schönen letzten Tag, bevor es dann ins Wochenende geht. Geniesst es, geniesst den Tag, seid erfolgreich. Und ja, wir hören uns am Montag wieder, weil die ersten zwei Tage werde ich den Achim in der nächsten Woche noch vertreten. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.